hallo moin moin herzlich willkommen liebe zuschauer let's play sims 4 hier wieder zurück immer ein bisschen sauber nancy steht vor der tür dann wollen wir gleich mal das heißt ich muss gezeigt unglaubliche geschichte erzählen mehr auswahl machen wir erstmal irgendwas freundliches was weiß ich auch nicht ein bisschen sauber gemacht dann macht auch noch sauber unsere pflanzen sehen schon wieder weg aus und wir haben da echt keine zeit noch immer für uns von den ganzen pflanzen zu kümmern so ich möchte einmal kurz wir wollten noch mal 500 kaufen ich glaube den das investieren das mal das stille örtchen was gibt es denn so schönes landhaus toilette süße fluchten 1800 blase 10 komfort 5 unkaputtbar das ist hohe zufälligkeit ist unkaputtbar ok also wir hauen direkt die ist eh nix wert wir kaufen uns die das ist eine teure investierung aber die toilette wird uns das ganze spiel begleiten also umziehen irgendwann nehme die mit noch mal gucken wenn man die farbe vielleicht nehmen nachher nur schwarze haben ich weiß es gar nicht genau so dann gehen wir wieder ins spielmenü haben wir hier das ziel erfüllt und 50 punkte gesichert freunde zu meter sein nein da geht das nicht da nennst du kannst du irgendwas nein nicht an die tage freundschaft schließen versuchen wir mal hier ein bisschen ein outfit machen ein bisschen bewunderung ausdrücken unglaubliche geschichte erzählen ein netter kennen wir besser netter nein die verbindung wegen sozialkontakte sozial ist eigentlich sowieso schon ziemlich gut freundschaft mutiger anspruch vielleicht noch ein bisschen lustig lustige geschichte erzählen müssen wir ein bisschen was damit unser spaß aufwitz über ingenieure nach tagfragen das bringt ein bisschen spaß das ist gut ja und sind somit reise wählen hey gunther ich bin's bella möchtest du zu meiner geburtstagsparty geburtstagsparty nein danke haben wir keine zeit für uns sind es oft müssen hier noch ein bisschen jetzt regeln wir müssen geld verdient das ganze soziale kann man danach machen kennenlernen tratschen sie ist ja kein ingenieur vielleicht ist ja mal kein ingenieur ich weiß es nicht ob das jetzt gut ankommt oder nicht und wir wollen immer noch nichts mit der männer zu tun haben ist das pool von mindestens einmal einkaufen am pool passt das passt hier nicht hin freundlich zu nennt sie sein das kriegen wir noch hin ist das jetzt erzählen damit wir noch mal was lustiges machen nein da war kein pool befördert werden wir natürlich immer aber es dauert noch ein bisschen dafür werden erstmal die toilette bevor irgendwas schief geht du kannst dich auch nicht selbst beschäftigen wir wollen mal das bildchen hier verkaufen die kann nicht mehr kaputt gehen das hervorragend verbessern wir müssen jetzt endlich mal das buch ist fertig wir verkaufen playboy 3 sehr schön und hier müssen wir schnell einmal bewässern den ganzen list ein paar blümchen und ich weiß eigentlich gar nicht wird die dinge noch lange behalten rechnen haben wir noch nicht verspieltes gemälde das bringt ich weiß eigentlich aber gleich immer noch verspielt sind nachdem wir diese eigenen pflanzen gegossen haben mal schauen die eine sieht schon ziemlich welt aus ich glaube die ist tot die ist auch verweckt mal gucken ist das eine kwert 683 jetzt mal ein bisschen kennenlernen wir eigentlich müssen wir das so wie das romantisch reinkriegen flirten schmeicheln jetzt wird das hier wieder höher vielleicht versuchen wir hier auch noch ein bisschen was lustig ist dass du krieg unseren spaß noch ganz hoch ja muskeln haben wir nicht wirklich zusammen machen wir uns eher zum affen haben noch sprüche im spiel üben wollen jetzt auch nicht kommen die aufschritte geben verkaufen wir und dann wollen wir noch ein selbstsicheres anmalen ja so korrekte pflanzsensor ja genau bring du mal den müll raus machst dich nützlich sehr gut optimal das ist eigentlich das zeugs aus welchem kirchner kam noch gut ist noch drei tage haltbar dann nehmen wir mal ein gericht wenn wir fertig gemalt haben das ist schon maximal naja ok ich wollte eigentlich noch mal ein baummenü in der alarmanlage haben nachher nachher jetzt werden jetzt kommen die beide jeden tag hier längs irgendwie aber irgendwie haben wir es nur hier mit älteren darmen scheinbar das ist ja auch ein bisschen naja ich weiß ja nicht 1200 das bild naja ich glaube warte mal wir gehen mal kurz ins baum und das bild behalten wir nochmal wir behalten auch mal so ein tolles gemälde das hängen wir einfach mal übers bett ist vielleicht nicht ganz so hübsch aber bei dem wert vielleicht wird das noch wertvoll mit der zeit das könnte ich mir echt vorstellen und dann möchte ich mal gucken wo kriegen wir denn so elektronik zeugs her alarm vorbeugungssystem rauchmelder ich möchte eigentlich einen einbruchschutz haben das ist jemand gibt es das hier noch hier sehe ich nix wie sie sehen sehen sie nix nix zu sehen das ist kinderkrams das ist draußen krams das ist hier eine alarmanlage bei in der Dachmuster weil damit müssen wir mit diesem baumenü müssen wir nochmal die ganze menge beschäftigen wenn wir dann die eigene hütte bauen hier ist zwar alles drin aber irgendwie noch nicht das richtige designtröre 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 wir drängen jetzt wird es einem angezeigt wenn man das tutorial durch die tutorial durch dann müsste man das auch haben wir auch ein blämer manchmal wussten nicht wie man das dreht was wollen die denn hier sehen wir zum Beispiel den Wert 23.000 Grundstückswert haben wir auf jeden Fall gut gesteigert achso das ist hier planieren wollen wir nicht verschieben wollen wir auch nicht egal es tut mir leid ich dachte hier gibt es vielleicht auch einen Einbruchschutz Sprinkelsystems im Gebäude und der ist wirklich nur Einbruchschutz gibt es nicht Alarm gibt es nur die beiden also machen wir noch Computerupdaten wir schreiben so viel am PC es gibt keine Signale es scheint so es gibt keinen Einbruchschutz ist dann so so wollen wir mal kurz gucken was wir uns an Rechner leisten könnten der hier ist dann wahrscheinlich der hier Spaß 6 Zuverlässigkeit 3 haben wir 1490 Zimmer gekostet auch nicht günstig der ist noch kaputtbar kostet aber 10.000 dann machen wir uns die ganze Kohle los dann ist der Rechner den wir haben schon gar nicht mal der schlechteste würde ich sagen vielleicht können wir den ja irgendwie nochmal tunen oder so das wäre nochmal was wir gehen mal wieder anspielen mal was können wir den verbessern bestellen, programmieren, online kommen wir hier in der Auswahl nein, können wir nicht ok müssen wir das auch so, was machen wir eigentlich gerade wir futtern ein bisschen wir müssen noch gar nicht so viel futtern es ist unhöflich vor jetzt alleine zu essen wir wollen jetzt nochmal ein neues Buch anfangen wir schreiben noch ein Sachbuch ja, kann ich gegessen jetzt sind wir wieder so dick unser Sport ist gar nichts gebracht den wir mal von zwei Folgen oder so gemacht haben das wäre ja blöd wir sind eigentlich noch ganz gut ach ja genau, Playboy 4 wird das jetzt schon ich weiß gar nicht genau, was wir für Playboy 3 jetzt kriegen wir steigern uns hoffentlich weiter sind ja auch ganz inspiriert das muss ja jetzt echt ein gutes Magazin werden wir müssen eigentlich hier mal reparieren wir sitzen drüber im Prahlen da kann man die Auftritt geben wir werden zum Endspielen, das könnte man nochmal machen Bela kennenlernen, kennen wir nicht Bela eigentlich ist auch hier haben sie sozial ist so gut wir schreiben das Buch jetzt erst mal zu Ende wir können sogar nebenbei schnacken, das ist hervorragend okay, jetzt muss sie los und gut, wir haben uns nicht ablenken lassen und schreiben weiter dann können wir das hier mal wegklicken brauchen wir nicht mehr und ich glaube, für diese Folge war es das mit Sims 4 ich danke euch fürs Zuschauen wirkt mich über eure Kommentare, Daumen hoch und so weiter und natürlich auch wenn ihr dann morgen wieder einschaltet und wir hier fertig repariert haben also, schönen Tag noch bis dann, tschüss tschüss tschüss